Ich bin Roberto Mancini und wir sind hier bei der Allegra Plus AG, Flurstrasse im Herzen von Bern. Kommt mit, ich zeige euch, wer wir sind und was wir machen. Wir haben nach langjähriger Erfahrung im Dachgeschäft im August 2010 den Schritt in die Selbstständigkeit wahrgenommen und die Allegra Plus AG gegründet. Unser Kerngeschäft ist das Flachdach. Daneben bieten wir auch Spenglerarbeiten bei Steil- und Flachdächern an. Solartechnik für Warmwasserunterstützung sowie Photovoltaik, die Erarbeitung von Unterhaltskonzepten sowie Dachkontrollen und Beratung ergänzen unser Angebot. In unserer Spenglerei verfügen wir über einen nötigen Maschinenpark, um auch grössere und kompliziertere Arbeiten auszuführen zu können. Unsere hohe Motivation und Flexibilität ermöglichen uns, stets die bestmögliche Lösung für euer Dach zu finden. Kommunikation und Innovation sind bei uns grossgeschrieben. Durch unsere schlankgehaltene Struktur sind und bleiben wir für Sie wetterwebsfähig. Unser Team besteht aus erfahrenen Handwerken, was verstört die Wünsche der Bauherren und Architekten zu realisieren. Bei der Abdichtung von Dächern oder Terrassen vertrauen wir auf bituminöse Baustoffe wie auch auf Kunststofflösungen. Wir verlegen Terrassenbelege aus Holz und Steine. Ebenfalls begrünen wir Flachdächer. Allergreis Freude und wir haben Freude am Dach! 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 Dach!